Mit der Version 6 wurde Samplitude nun auch ein dynamischer Equalizer spendiert. Hier geht es um die pegelabhängige Bearbeitung des Frequenzspektrums eines Signals, also eine Mischform aus Equalizer und Kompressor. Das bedeutet zum Beispiel, wird ein Signalanteil an einer bestimmten Stelle im Frequenzband beim Überschreiten eines bestimmten Pegels als störend empfunden, so kann der Dynamik in Equalizer dafür sorgen, dass nur die Signalanteile, die diesen Pegelwert überschreiten, unterdrückt werden. Alle Signalanteile unterhalb dieser Pegelschwelle bleiben unbearbeitet. Der Vorteil gegenüber einem reinen Equalizer ist, dass eine Bearbeitung des Materials nur an den problematischen Stellen mit der Pegelüberschreitung stattfindet. Das übrige Frequenzmaterial bleibt unberührt. Der entscheidende Vorteil des dynamischen Equalizer gegenüber einem Multibandkompressor liegt darin, dass die Aufteilung des Frequenzspektrums in unterschiedliche Bänder entfällt. Die Bearbeitung der Bänder führt nämlich in der Regel dazu, dass Phasenveränderungen, die als störende Artefakte in Erscheinung treten können, entstehen. Die erweiterte Preset-Suchfunktion im Plugin-Browser macht das Arbeiten ab sofort schneller. Nach der Auswahl Instrumente oder Effekte werden über die Stichwortsuche umgehend alle zur Verfügung stehenden Ergebnisse angezeigt. Durch einfachen Klick auf das Stern-Symbol wird ein Plugin der Favoritenliste zugefügt. Praktisch ist der Direktzugang zu den Favoriten bzw. den zuletzt verwendeten Plugins. Die Eingrenzung nach Pfad, Hersteller und Kategorie präzisiert die Suche weiter. Will man nur nach Presets suchen, sollte das entsprechende Häkchen gesetzt sein. Über das Optionen-Aufklappmenü erreicht man sofort diejenigen Punkte, die in den Systemoptionen unter Effekte zur Verfügung stehen. Auf die Reihenfolge innerhalb der Effekt-Kette der Spur kann ebenfalls von diesem Fenster aus Einfluss genommen werden. Mit dem Automation-Panel hat Samplitude Pro X6 ein sehr hilfreiches Werkzeug zur Steuerung sämtlicher Automationsvorgänge erhalten. Öffnen lässt sich das Fenster über das Menü ansicht. Einige der hier bereitgestellten Funktionen waren bisher ausschließlich via rechte Mausklick innerhalb des Automationsfeldes im Track-Editor abrufbar. Auf der linken Seite können die diversen Modi für den Automationsdaten-Schreibprozess ausgewählt werden. Darüber befinden sich der Read-Button sowie ein Button zum Deaktivieren der Automation. Rechts daneben kann aktiviert werden, welche Automationsdaten geschrieben werden sollen. Unter Manual Write kann man festlegen, ob Daten nur für die angewählte Spur oder für alle Spuren geschrieben werden sollen. Über die oberen Buttons ganz rechts kann ein Kurvenpunkt an der Play-Cursor-Position bis zum Projektanfang bzw. Ende fortgeschrieben werden. Soll das nur für eine Kurve gelten, so muss unter Manual Write das Kästchen Ausgewählte Kurve aktiviert sein. Um einen besseren Überblick bei der Verwendung von Automationsspuren zu behalten, ist das Automation Panel eine große Hilfe. Ebenfalls neu ist der dockbare Track Editor. Links oben in der Ecke angefasst lässt sich der Track Editor frei verschieben. Über die Docking-Pfeile kann er aber auch an entsprechender Stelle fixiert werden. Mit Samplitude Pro X6 besteht jetzt die Möglichkeit, nicht nur die Eingänge des angeschlossenen Audio-Interfaces, sondern auch den Ausgang jeder einzelnen Spur eines Busses oder des Masters innerhalb des Projekts als Eingangssignal auszuwählen und aufzuzeichnen. Mit der Möglichkeit, während einer Aufnahme bzw. der Wiedergabe eines Projekts bereits die Bearbeitung vornehmen zu können, werden Arbeitsprozesse schneller. Die Arbeit ist schneller erledigt. Neu hinzugekommen ist nun auch die Option, die AUX-Levelregler auf Fader zu legen. Im Mixer befindet sich rechts ein Aufklappmenü Sense on Fader. Hier kann der AUX-Weg für die Bearbeitung ausgewählt werden. Es ändert sich die Farbe der Fader-Knöpfe. Nun steht ein recht langer Fader-Weg für die Einstellung zur Verfügung. Samplitude Pro X6 wurde mit einer neuen, konfigurierbaren Resampling-Engine ausgestattet. Diese gestattet das Arbeiten mit beliebigen Sample-Raten. Sie garantiert eine Echtzeit-Konvertierung mit höchster Ausgabequalität. Mit Melodyne 5 Essential der Firma Celimony lassen sich Tonhöhe, Timing und Spektrum von Audio-Material bearbeiten. Über die ARA2-Schnittstelle ist eine nahtlose Integration in Samplitude möglich. Ist ein Audio-Objekt angewählt, kann über Rechtsklick die Bearbeitung mit Melodyne aufgerufen werden. Samplitude Pro X6 wurde um vier virtuelle Instrumente erweitert. Das wären Barrel, Tambourin, Dabuka und Djembe. Mit im Lieferumfang der Samplitude Pro X6 Suite befindet sich die Audio-Editing-Software Soundforge Pro 14. Sie ist als Ergänzung zu Samplitude gedacht. Im Vergleich zur Vorgängerversion läuft Version 14 nun stabiler und schneller. Neben der ARA2-Unterstützung sind Ozone 9 Elements und RX7 Elements in Version 14 enthalten. Die neue Wave-Coloring-Funktion erleichtert durch die farbliche Darstellung von Tonhöhe und Klang-Eigenschaften innerhalb der Wellenform das Auffinden problematischer Bereiche. Das Spektroskop lässt sich nun direkt über rechte Maustaste auf das Fenster aufrufen. Mit Hilfe des Soundforge Pro Context Menüs lassen sich bestimmte Programmaktionen direkt aus dem Windows Explorer heraus starten. Um Programmkonflikte zu vermeiden, sollte Soundforge vorher noch nicht gestartet sein. Mit Spectralayers Pro 8 halten modernste auf künstlicher Intelligenz basierende Bearbeitungsprozesse Einzug in den Audio-Editing-Alltag. Ob das Beseitigen von Deep Leading, also das Entfernen von Übersprechungen bei zum Beispiel Schlagzeugaufnahmen oder das Erledigen anspruchsvoller Restaurationsaufgaben wie Entrauschen oder das Beseitigen von Hallanteilen, alles basiert auf KI-Funktionen, die hier zum Einsatz kommen. Auch beim nachträglichen Ergänzen von Signalen in ein bestehendes Klanggefüge hilft die KI beim Kopieren einer bereits bestehenden Hintergrundatmosphäre, wie zum Beispiel häufig bei der Filmproduktion erforderlich. Equalizer-Profile lassen sich problemlos übertragen. Die ARA2-Unterstützung ermöglicht die gleichzeitige Nutzung mehrerer Spectralayers Projekte innerhalb eines DAW-Projekts. Die Suche gleicher oder ähnlich klingender Parts innerhalb eines Projekts ermöglicht der Pattern-Finder. Darüber hinaus bietet Spectralayers Pro 8 eine verbesserte Clipping-Reparatur, ein optimiertes Radiergummi, Tonhöhenkorrektur und Verstärkerwerkzeug. Kanalübergreifendes Kopieren bzw. Einfügen ist jetzt ebenfalls möglich. Spectralayers Pro 8 ist ein absoluter Spezialist, wenn es um weiterführende Audiobearbeitung geht. Mit Isotope Ozon 9 Elements stellt Samplitude ein Mastering-Tool zur Verfügung, welches schnelle Mastering-Ergebnisse möglich macht. Mit Hilfe eines Assistenten wird der Anwender durch die einzelnen Schritte geführt. Bei der Aufforderung Audio abspielen zu lassen, sollten mindestens 30 Sekunden des Projekts, am besten die mit den lautesten Stellen abgespielt werden. Das wäre die erste Option. Des Weiteren werden genre-spezifische Presets angeboten, die zur Anwendung kommen können. Einfügen Isotop RX-8 Elements liefert rudimentäre Restaurationswerkzeuge. Ein verbesserter Brummbeseitigungsalgorithmus, die Verdopplung der gleichzeitig zu bearbeitenden Audio-Tabs und die neue Option des horizontalen Scrollens gehören zu den Neuerungen in dieser Version. Bei der ColorFX Suite der Firma Audio-Plugin-Union handelt es sich um drei klangfärbende Plugins, Tape Machine, Bitcrusher und Tube Distortion. Mit Tape Machine stehen typische Bandsättigungseffekte aus analogen Tagen zur Verfügung. Bitcrusher liefert eine große Bandbreite an Verzerrungen. Tube Distortion fügt dem Klangmaterial den charakteristischen Röhrenverstärkersound mit all den typischen Eigenschaften hinzu. Als weiteres Produkt der Audio-Plugin-Union bietet die CoreFX Suite neun essentielle Dynamik- und Modulationseffekt-Plugins für die tägliche Arbeit am Audio-Material. Da wären ein Kompressor, ein Limiter, ein Gate, ein Expander, ein Zweipunkt-Kompressor, ein Volume-Former, der zum Beispiel für typische rhythmische Pumpeffekte in modernen Haus- und Elektronikproduktionen zuständig ist, ein Delay, ein Chorus und schließlich ein Flanger. In der Samplitude Pro X-Version ist lediglich der Volume-Former enthalten. Das Arsenal an virtuellen Instrumenten wurde um acht sehr hochwertige Perkussionsinstrumente erweitert. Gelungen ist hier der sehr große Dynamikbereich durch entsprechend viele Velocity-Stufen. Da wären Barrel, Christmas-Belts, Claps und Snaps, Tambourin, Cow-Belts, Dabuka, Djembe und Dumbek. Um den Umgang mit Samplitude weiter zu vertiefen, möchte ich auf zwei Tonwerkseminare Video-Tutorial-Produkte hinweisen. Im Samplitude-Special Nummer 1 steht das Produzieren für Radio, Podcast, Werbung, Hörbuch und Hörspiel im Vordergrund. Grundlegende Programmfunktionen sowie wichtige Spezialfunktionen werden an zahlreichen Beispielen anschaulich und ausführlich erklärt. Samplitude-Special Nummer 2 befasst sich mit den unterschiedlichen Spurtypen in Samplitude. Dieses Tutorial bietet einen tiefen Einblick in das Signal- bzw. Spurrouting. Es werden Spurtypen vorgestellt, die die Arbeit in Samplitude erheblich erleichtern. Darüber hinaus geht es um das korrekte Einbinden virtueller Instrumente innerhalb des Workflows. Das Samplitude-Special Producer Bundle beinhaltet beide Tutorials. Die Tonwerkseminare-Produkte sind exklusiv im Tonwerkstore über das Internet erhältlich. Über diese Tutorial-Produkte hinaus bietet Tonwerkseminare, Workshops, Seminare und individuelle Einzeltrainings zu Softwareprodukten wie Samplitude, Sequoia und weiteren Themenbereichen der Musikproduktion an. Diese Trainings können in-house als auch als Online-Training via Internet durchgeführt werden. Weitere Infos dazu auf www.tonwerk-seminare.de Vielen Dank.